Ach, wunderschön, nicht wahr? Ich will nicht so genau hinsehen. Dann kann ich so tun, als wüsste ich nicht, von welchem LKW Sie gefallen sind. So zu tun, als wenn man nichts weiß, ist immer klug, Michael. Ich muss zugeben, es ist schön, jemanden zu haben, dem ich wirklich vertraue. Es war ja quasi reines Glück, dass Sie in mein Leben getreten sind. Für mich hat sich das anders angefühlt. Ich wollte mich an Max van Kirk rächen für das, was er mir angetan hat, und Sie wollten Fällen davor retten, Max tot angehängt zu kriegen. Schon komisch, wie's so läuft, nicht wahr? Mhm. Das hier ist die letzte Kiste. Perfekt. Meine erste Lieferung aus Atlanta raus. Das muss reibungslos laufen. Ich zähle auf Sie. Sagen Sie einfach, wer und wo. Ich erledige das. Sie sollen die ganze Ladung an diesen Kontakt liefern, Nico, unter der Adresse. Und im Gegenzug händigt er Ihnen eine hohe Summe Geld aus. Und zwar 10 Millionen Dollar. 10 Millionen Dollar gibt mir der Typ? Und was will er mich dabei lenken? Keine Sorge, Sie haben gezeigt, dass Sie alleine klarkommen. Das hier ist eine Kleinigkeit für Sie. Was ist das? Ihr Anteil nennen Sie es. Ein Vertrauensbeweis. Sie geben mir meinen Anteil im Voraus? Ich vertraue Ihnen. Schließlich haben Sie mir das Leben gerettet und Sie planen eine Hochzeit. Das hier wird mehr als die Getränke abdecken. Nicht zu viel natürlich. Wir wollen ja nicht, dass Fällen weiß, dass Sie jetzt die Hosen anhaben. Danke für das Vertrauen. Ich weiß, das Geld gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Und es gibt noch was, das Ihnen ein gutes Gefühl verschaffen könnte. Halten wir das bitte geschäftlich. Fürs Erste. Ich stehe auf Schüchterne. Sie haben mich gelinkt, verdammt! Wenn Ihnen das hilft, das gilt doch für Funkirk Industries. Denn sehen Sie, Sie haben Heroin an deren Spedition geliefert. Und wenn das FBI von Funkirk Industries unter die Luft benennt, stoßen Sie auf eine faszinierende Reihe verbotener Lieferungen, die ausreichen, die ganze Firma auszuschalten. Das war also Ihr Plan von Anfang an und ich war nur ein Kollateralschaden? Ich dachte eher ein Empfand, aber Kollateralschaden klingt viel mehr nach Held. Was wohl, während wir hier plaudern, unser Freund Nico den Kops über ihre Rolle erzählen? Nikos Aussage kann mich in den Knast bringen, Ada! Kann, ist eine sehr optimistische Sichtweise, würde ich sagen. Oh, und ich würde nicht so bald anhalten. Das FBI könnte etwas über Ihr Fluchtauto wissen. Wieso fährst du nicht weiter? Damit werden Sie nicht durchkommen, Ada! Das bin ich längst. Ich bin ein Geist. Schon vergessen?